Unsere Energieversorger und Stadtwerke stehen kontinuierlich vor der Herausforderung, ihre Anlagen auf einem aktuellen Stand der Dinge zu halten. Hierbei von großer Bedeutung sind effiziente Technologien, planbare Stillstandszeiten, geringe Betriebskosten, wie auch die Einhaltung von Umweltauflagen. Es muss sichergestellt sein, dass Gasdruckreduzierstationen reibungslos laufen, damit einer effizienten Energieversorgung nichts im Wege steht. Effizienz, Umweltschutz und Sicherheit spielen für uns als Dortmunder Netzbetreiber eine wichtige Rolle. Hinzu kommt, dass wir in unseren bestehenden Anlagen nur gewisse Freiräume an Platz haben und darauf angewiesen sind, die Bauteile möglichst kompakt in bestehende Anlagen einbinden zu können. Unsere Doppelrohr-Sicherheitswärmetauscher umfassen sowohl standardisierte als auch kundenspezifische Modelle und kommen in zahlreichen Schlüsselindustrien zum Einsatz. Insbesondere, wenn es um höchst gefährliche oder kritische Medien geht. Durch ihre wahlweise horizontale oder vertikale Ausrichtung und unsere kundenspezifische Fertigung haben wir für jede Anwendung die passgenaue Lösung. Er arbeitet auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig und trägt zu einer Senkung der Betriebskosten sowie einer optimalen Energieeffizienz bei. Im Gegensatz zu normalen Rohrbündelwärmetauschern in Einzelrohrbauweise verfügen unsere Doppelrohr-Sicherheitswärmetauscher über ein Innen- und ein Außenrohr und somit über zwei Rohrwände. Bei Beschädigung einer Rohrwand tritt das Medium über Leckagekanäle, die zwischen den Doppelrohren eingearbeitet sind, in den Leckageraum zwischen den Rohrböden ein und löst einen Alarm im Leckageüberwachungssystem aus. Da die zweite Rohrwand unbeschädigt bleibt, kommt es nicht zu einer Vermischung der Medien. Kostenintensive, außerplanmäßige Ausfallzeiten sowie die Kontamination des Prozesses und der Anlagen werden vermieden. Stillstandzeiten sind besser planbar und Wartungsintervalle geringer, was weniger Personalaufwand mit sich führt. Für uns ausschlaggebend ist die erhöhte Sicherheit des Doppelrohr-Wärmetauschers. Mit der Firma Kelvion haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden. Vereell V Reid V V V V T V V V V Vielen Dank.